einen wunderschönen guten tag liebe seele lass gern dein like einen kommentar und ein abo da für dich ein ganz kleiner klick für mich ein ganz großer und deswegen lege ich auch direkt los so liebe seele da wollen wir mal sehen was der tag für dich bereitet und es geht los mit den gesunden grenzen gesunde grenzen schützen dich aber verschließe nie dein herz und man sieht hier ein herz darf heute ja ich will nicht sagen er blühen aber das herz wird auch eindeutig langfristig gebunden werden heute das heißt du wirst so ein neues zepter der liebe erkennen was bedeutet die fülle der liebe intensiver spüren zu können und das hat gar nichts damit zu tun ob du in der bindung bist oder nicht es geht heute relativ nur darum dich dafür zu entscheiden dass du liebe leben möchtest dass liebe in dir wachsen darf dass liebe in einem spirituellen wesen wachsen darf und dass du auch in liebe handelst egal was du tust und die gesunden grenzen sind natürlich auch dafür da dir deinen liebevollen schutz für dich selbst zu geben erkenne die verzweiflung als möglichkeit in ihr findest du das geschenk des erwachens das erwachen an sich ist ein großer prozess hier geht es ja nicht nur um spirituelles erwachen sondern auch um erkennen medialer themen um erkennen deiner deines seelen weges hier geht es um so viel mehr die verzweiflung die du inhaltlich vielleicht ein bisschen spürst gibt dir aber wirklich den ansporn jetzt etwas zu verändern und das ist jetzt wichtig denn der tag ist in der heilung in der heilung für dein herz in der heilung für deinen lebensweg vor allem aber auch dass du dich endlich angekommen fühlst endlich dieses gefühl bekommen von ich gehöre dazu ich bin jetzt etwas wichtiges und ich bin ein teil von etwas großem und dieser teil von diesem großen der wird jetzt gelebt und den kannst du jetzt auf reisen schicken und ich damit binden in der festigung der ewigkeit vielen dank für den sap lieber randy missbrauch ist heute auch missbrauch ist oder auch ein thema macht dein eigenes wohlergehen zu deiner höchsten priorität und die höchste priorität ist natürlich die dass deine energie in der vergangenheit sehr oft missbraucht wurde dass du immer so das herrchen und frauchen für alles warst aber niemals die wertschätzung dafür bekommen hast niemals wirklich die fülle dafür bekommen hast und das ist eben heute die heilung im herzen die heilung für dich die heilung in deinem sein um etwas zu verändern wirst du aber heute eine wichtige entscheidung treffen müssen gerade was dieses thema betrifft wann werde ich ausgenutzt wann kann ich für mich selbst stehen hier ist ein ganz ganz großer prozess für dich ins rollen gekommen und den darfst du leben natürlich und natürlich auch dich damit verwurzeln warum solltest du nicht in deiner selbstliebe bleiben es ist das schönste und wichtigste was du heute erleben kannst verirrt in den ruinen der vergangenheit finde den weg ins jetzt und lebe in dieser weg ins jetzt da bist du kurz davor hier liegt die entscheidung diese ruinen der vergangenheit sind ja die verzweiflung warum sind in meinem leben immer solche dinge entstanden wegen dem und dem natürlich kann man sich das immer und immer und immer wieder vor augen halten man kann aber auch sagen hey ich komme hier und jetzt an ich möchte jetzt die veränderung und ich möchte endlich auch positiv leben so wie es alle anderen anscheinend können jetzt findest du in dein herz zurück und jetzt merkst du die ruinen der vergangenheit sind natürlich da um geheilt zu werden aber jede lange heilung beginnt mit dem ersten schritt und wenn du dich immer nur in der wunde aufhältst dann kannst du niemals heilen und deswegen kommen sie und jetzt erkenne die wichtigkeit wie du etappenweise dein bewusstsein heilen kannst ohne die schönheit des lebens vermissen zu müssen sehr sehr gut du bist gut genug so wie du jetzt bist bist du genau richtig und vollkommen und dein resonanzfeld wird es dir danken denn die selbstliebe geht heute auf ihr next level und das next level der selbstliebe ist somit auch die erfüllung für dich und deine wünsche ich würde jetzt nicht sagen dass wünsche wahr werden aber du wirst heute so viel positivität spüren wie schon lang nicht mehr weil eins ist heute im unterschied zu den letzten tagen komplett anders du weißt jetzt wo du hingehörst und du fühlst dich gesehen angenommen und wertgeschätzt und da haben wir noch die flammen der begierde lasse sie in einem hellen licht erstrahlen und meide dunkle wege diese dunklen wege sind ja auf ruinen der vergangenheit die lassen wir jetzt einfach hinter dir einfach hinter dir lassen und erkennen ja ich habe mehr verdient glück darf mir hold sein und dann komme ich auch in mein sein zurück denn dein sein möchte sich heute entscheiden gehst du in die festigung für deine zukunft und halt dein herz oder bist du eher so stillstand und nichts geht mehr ich sag dir will den weg der liebe und den weg ins hier und jetzt dann machst du alles richtig